Geschossdecken konstruiert ihr in Archicad mit dem Deckenwerkzeug. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das macht und wo ihr die richtigen Einstellungen für euer Projekt findet. Zum Thema Decken gibt es noch weitere Videos von mir. Mehr dazu am Schluss. In Archicad zeichnet man Decken mit dem Deckenwerkzeug. Das findet man in der Werkzeugpalette. Wenn ich das anklicke, kann ich loslegen. Erster Mausklick, Eckpunkt Nummer 1. Zweiter Mausklick, gegenüberliegende Eckpunkt. Fertig ist die Decke. Steuerung 3 und da sehe ich eine 3D-Decke. Wenn ich zurückgehe ins Grundschussfenster, mache ich das rückgängig. Steuerung, Command, Z. Fange nochmal an. Ich möchte es jetzt ein bisschen genauer machen. Dazu vorab, es gibt hier oben die sogenannte Geometrie-Methode. Das ist das Infofenster. Das Infofenster ist je nach gewählten Werkzeug unterschiedlich. Wir haben jetzt hier Einstellungen für die zu zeichnende Decke. Wenn ich hier oben mal reinzoome, dann sehe ich, ich habe Geometrie-Methode Rechteck. Das habe ich gerade gemacht. Da reichen dann zwei Klicks. Geometrie-Methode Polygon reichen nicht zwei Klicks, weil dann hätte ich keine Decke. Ich muss mindestens drei Klicks setzen für eine dreieckige Decke. Und dann kann ich beliebig viele weitere Eckpunkte setzen. Und dann bekomme ich eben eine polygonal konturierte Decke. Gedrehtes Rechteck ist natürlich das gleiche wie ein Rechteck, nur, dass es nicht mehr parallel zur x- und y-Achse meines Koordinatensystems liegt, sondern gedreht. Geometrie-Methode Rechteck ist also sozusagen die primitivste Form, eine Decke zu zeichnen. Und das mache ich jetzt nochmal. Erster Mausklick. Dann mache ich erstmal nichts. Ich kann jetzt zwischen diesen zwei Klicks entscheiden, wo diese Decke hinkommt und wie groß sie ist. Man kann in alle vier Quadrantenrichtungen zeichnen. Und man kann sehen, dass die Länge und Breite je nachdem verschieden ist. Und um das jetzt exakt zu machen, kann ich Werte eingeben. Länge wäre x, Breite wäre y. Ich schreibe also auf der Tastatur einfach nur x10 zum Beispiel. Und y, wenn ich 8 Meter in der y-Richtung haben möchte, Archicard zeichnet ja 1 zu 1 oder ich zeichne in Archicard 1 zu 1. Die Werte sind Meter. Also hätte ich jetzt hier eine Decke, 10 mal 8 Meter. Wenn ich Enter drücke, sieht man diese Decke auch. Wenn ich Steuerung 3 drücke, sieht man sie auch im 3D-Fenster. Und um das jetzt zu kontrollieren, drücke ich die Taste M wie Maß. Das kann man immer machen. Ich klicke irgendwo hin. Zum Beispiel da unten links. Ich brauche jetzt nicht nochmal klicken. Ich gehe jetzt einfach auf diverse Punkte, die mich interessieren. Zum Beispiel rechts hätte ich Abstand 10. Das wäre die x-Dimension. Und da oben habe ich Abstand 8. Das wäre die y-Dimension. Das stimmt. So hatte ich es auch eingegeben. Ich drücke zweimal Escape, um aus diesem Messen wieder rauszukommen. Ich wechsle ins 3D-Fenster. Warum sehe ich jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Darstellung? Ich klicke rechts auf 3D-Stile und kann sagen, ich hätte gerne Schattierung mit Schatten. Das ist auch der Normalfall. Ich finde das jetzt gar nicht so praktisch. Wenn ich die Decke auswähle, kann ich die Punkte oft gar nicht sehen. Deswegen gehe ich zurück in die Weiß-Modell mit Schatten-Darstellung. Das zweite, was ich sehe, ist so eine Hilfsebene mit einem Raster. Wenn ich jetzt mal in diesem 3D-Fenster navigiere, dann sehe ich, dass die Decke mit ihrer Oberseite auf der Höhe dieser blauen Hilfsebene liegt. Das hat mit ihrem Höhenbezug zu tun. Da kommen wir dann gleich dazu. Das Deckenwerkzeug ist immer noch aktiv. Ich kann die Decke trotzdem auswählen, indem ich die Shift-Taste drücke. Damit ersetze ich sozusagen temporär das Pfeilwerkzeug. Und wenn ich jetzt die Tastenkombination, STRG-T drücke oder COMMAND-T beim Apple, dann komme ich zu den Einstellungen für dieses ausgewählte Deckenelement. Man könnte die Einstellung auch hier oben kontrollieren im Infofenster, denn auch dort werden mir jetzt die Einstellungen für das ausgewählte Deckenelement angezeigt. Ich finde aber das Fenster Einstellungen für die Deckenauswahl anschaulicher für dieses Video. In diesem Fenster kann ich vieles einstellen, aber ich möchte jetzt nicht auf diese Dinge eingehen, deswegen klappe ich das da unten ein. Ich möchte jetzt nur über Geometrie und Positionierung sprechen. Das Erste, was auffällt, ein Wert, der hinterlegt ist, die Deckendicke, da steht 0,3. Da schreibe ich jetzt mal ersatzweise 1 hin. Das wäre dann 1 Meter, vorher waren es 30 Zentimeter und siehe da, die Decke wird dicker, aber nach unten. Wenn ich ins Einstellungsfenster zurückgehe, sehe ich auch, dass es hier so eine grafische Darstellung gibt. Das bedeutet, die Oberkante, die hier mit einem dickeren schwarzen Strich dargestellt ist, hat einen Abstand von 0 Metern zum Ursprungsgeschoss. Und das Ursprungsgeschoss wiederum ist das EG. Man kann da draufklicken und sieht, es gibt auch ein OG und dieses EG hat also eine Basisebene, die auch noch in diesem Fall auf der Null-Ebene des Gesamtprojektes liegt. Und der Abstand dieser Decke ist jetzt bezogen auf ihre Oberkante 0 und alles, was an Dicke dazukommt, geht nach unten. Dazu zwei Dinge. Erstens, dass die Oberkante genommen wird als Bezug, liegt daran, welche Referenzebene hier gewählt ist. Da ist die Oberkante gewählt. Man könnte auch die Unterkante wählen, dann sieht das hier auch anders aus. Wenn ich jetzt auf OK gehen würde, dann sieht man, dass die Decke auf einmal nach oben wächst. Ihre Referenzebene ist immer gleich, die liegt immer auf dieser hellblauen Ebene, das ist die Null-Ebene. Aber ihre Dicke geht entweder nach unten oder nach oben, je nachdem, was bei STRG-T hier bei Referenzebene eingegeben ist. So, zweiter wichtiger Punkt, die Dicke der Decke kann ich nur einstellen, wenn rechts als Struktur einfach gewählt ist. Struktur einfach ist ausgewählt. Die Variante wäre mehrschichtig. Wenn ich mehrschichtig ausgewählt habe, kann ich hier nicht mehr die Deckendicke ändern. Warum? Weil ich bei einer mehrschichtigen Decke aus einem Tableau von mehrschichtigen Decken aufbauten wählen kann, deren Dicke an anderer Stelle festgelegt ist. Das heißt auch, ich kann hier nicht einfach einen anderen Wert eingeben, sondern die Dicke des mehrschichtigen Bauteils ergibt sich aus der Zusammensetzung ihrer Schichten. Und wie gesagt, das geht an anderer Stelle zu editieren. Das möchte ich jetzt nicht zeigen, deswegen gehe ich zurück auf einfache Decke. Noch zum Schluss an dieser Stelle die Ebenenzugehörigkeit. Ein Standardthema für jedes gezeichnete Objekt. Ich könnte jetzt im Nachhinein sagen, diese Decke soll auf eine andere Ebene. Es gibt genügend. Archicad bietet sehr viele Ebenen an. Ich kann auch diese Ebenen alle selber ändern. Ich kann also neue Ebenen anlegen oder vorhandene Ebenen löschen. Ich muss auch nicht die von Archicad nehmen. Das ist aber jetzt hier auch nicht das Thema. Wichtig ist nur, vor dem Zeichnen kann ich eine Ebene festlegen oder eben nachträglich die Ebenenzugehörigkeit auf diese Weise ändern. Was ich jetzt auch noch möchte, ist diese Bearbeitungsebene ausblenden. Das geht unter Ansicht, Darstellung der Bearbeitungsebene. Die brauche ich jetzt in dem weiteren Verlauf des Videos nicht. Deswegen schalte ich das an dieser Stelle aus. So liebe Kollegen, das war es zum Thema. Deckenwerkzeug in Archicad, seine Einstellungen zur Geometrie und Positionierung. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Decke nachbearbeitet und Öffnungen hineinschneidet, schaut euch auch mein anderes Deckenvideo an. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog pausssondermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos. Und wenn ihr automatisch schaut, heißt sie unten in die Kommentare. Das war es eine Textfassung. Und wenn ihr euch habt, kann euch vermissen. Und ihr habt das eine Linz. Und wenn ihr euch habt, ist es jetzt so könnte, und ihr habt es auch ein bisschen abgelenkt. Und euch habt ihr euch an die Kommentare. Schäuble habt ihr euch? Vielen Dank.